Hallo, ich bin der Daniel. Und ich bin der Cebo. Und ihr hört den Creepy Crip Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über Pet Sematary oder Friedhof der Kuscheltiere aus dem Jahr 1989. Und damit herzlich willkommen zurück im Creepy Crip Podcast bei den Creepy Classics mit Creepy Daniel und Creepy Cebo. Lustigerweise, also hallo und herzlich willkommen. Lustigerweise, ich habe ja oft in den letzten, irgendwann mal früheren Episoden dieses Intro so gemacht, als wüssten die Leute noch nicht, worüber wir reden, weil ich nicht drüber nachdenke. Und ich habe vor kurzem so einen Podcast gehört, da hat es auch jemand gemacht und ich so gesagt, ha, ha, ich bin nicht der Einzige, der in dem Moment der Aufnahme nicht sofort weiß, dass die Leute die Podcast-Episode gesehen haben. Das war ja das Gleiche, wie in der letzten Woche haben wir ja zum Beispiel über Abigail gesprochen. Da hattest du dich im Film ja auch rübergelehnt und gesagt, hä, aber jeder weiß doch, dass es hier um ein Vampirmädchen geht. Warum tun die so, als wüsste man das nicht so, ja? Manchmal, aber manchmal. Du meinst, während wir den Film angeguckt haben? Ja, ja, also zum Beispiel bei Overcast habe ich das eingestellt, dass der von den Podcasts, die ich höre, einfach alle Folgen runterladen soll und dann kann ich einfach abspielen und vielleicht höre ich es dann einfach nicht. Ja, eben. Bei mir ist es ja eigentlich auch so, dass ich also oft nicht das Cover sehe, sondern halt auf Play drücke. Aber wir machen es ja auch auf Instagram und so. Deswegen, bevor man hinkommt, kann es schon sehr wahrscheinlich sein, dass man gesehen hat, um was es geht. So wie heute, wo es um Pet Cemetery geht. Friedhof der Kuscheltiere. Ja, wollte ich gerade sagen, der im Deutschen ganz schrecklich in Friedhof der Kuscheltiere umgenannt wurde. Und das denke ich halt auch gar nicht. Warum nicht Haustier oder Haustierfriedhof oder? Ich glaube, weil der Witz ist ja im Originaltitel, dass Cemetery komplett falsch geschrieben ist, weil es Kinder geschrieben haben. Und ich glaube, Friedhof der Kuscheltiere sollte so ein bisschen rüberbringen, es geht um Kinder, die das gemacht haben. Weißt du, was ich meine? War das vor oder nach Stephen Kings Kokainphase? Keine Ahnung. Wahrscheinlich danach, weil er diesen Film, den er dann voll auf Cooks gemacht hat, der kam ja relativ spät raus. Deswegen ist der Maximum Overdrive. Der wievielte Stephen King ist das jetzt, über den wir sprechen? Wir haben Boogeyman und den jetzt. Boogeyman, ja, okay. Haben wir noch andere Stephen King basiert? Ach ja, Children of the Corn, fuck off. I forgot. Ja, aber auch nur so die Remakes. Anni, guck mal, Maximum Overdrive war 1986. Aber ansonsten sind wir eigentlich noch relativ fresh im Stephen King-Game. Ja, weil ich mir das da auch aufheben wollte. Scheiße. Aber hey, wir sprechen ja noch nicht über alles. Es gibt ja mehr als genug gute Stephen King-Verfilmungen, über die wir in den nächsten Creepy Classic never werden. Möchtest du mir damit sagen, dass du fandest, dass Friedhof der Kuscheltiere kein guter Film ist? Nee, weil du über Children of the Corn geredet hast. Ich will nicht über Children of the Corn reden. Hör auf. Nee, deswegen meine ich, Friedhof der Kuscheltiere ist ja eine sehr gute Verfilmung. Aber der war ja auch, der war ja auch wieder sehr involviert. Der hat das Screenplay geschrieben. Ja, und er hat sich ja auch sehr dafür eingesetzt, dass dieser Film wirklich in Maine gedreht wird. Weil eigentlich alle Bücher von Stephen King spielen ja in Maine, aber die, wahrscheinlich so gut wie gar keiner ist, dort wirklich gedreht. Und hier hat er ja gesagt, hey, ihr dürft das gerne verfilmen, aber das muss in Maine gedreht werden. Weil, ja. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt dringend merkt, aber zumindest ist es so, dass dieser Film in Maine gedreht wurde, wo dieser Film halt auch wirklich spielt. Ich hätte gerne die Fassung von George A. Romero gesehen. Der sollte den ja ursprünglich drehen, 1984, und hat für 10.000 Dollar damals die Rechte an der Geschichte gekauft. Musste dann aber, weil er Monkey Shines gedreht hat. Viel bessere Entscheidungen. Aus der Produktion wieder rausgehen. Ja, ja. Ich glaube, es gab auch noch andere. Ich meine, es ist ja eigentlich ziemlich cool. Also, Mary Lambert hat ja bis dahin eigentlich nur Musikvideos gemacht. Und, ja, dann hat sie halt hier diesen Horrorfilm machen können und ich meine, der ist ja auch gut geworden. So ist es nicht. Das ist ja auch krass, weil auch hier wieder ein Streik verantwortlich war, dass der Film überhaupt entstanden ist. Weil 1988 ja die Writers Guild of America gestreikt hatte und die dann gemerkt haben, nach dem Streik fehlen uns irgendwie die Filme. Wir haben ja noch ein fertiges Skript von Stephen King, können wir doch mal verfilmen. Ich glaube, die haben das sogar währenddessen gedreht, weil das war ja so, dass der Typ gemeint hat, wir wollen gerne was drehen, wir brauchen aber ein Drehbuch, das absolut nicht umgeschrieben werden muss. Und dann war halt diese eine Produzentin, die, glaube ich, schon vorher versucht hat, den woanders zu realisieren, wo die Leute gesagt haben, nee, wir möchten, die Zeit von Stephen King-Filmen ist, glaube ich, vorbei. Wahrscheinlich, weil er 1986 Maximum Overdrive gemacht hat. Und der ist ja erst danach entstanden. Und deswegen wurde das erstmal abgelehnt, aber in dem Fall ist es ja dann ganz gut. Das, ja, genau. Ist auch witzig, dass ja auch das Haus, in dem der Film dann gedreht wurde, ja ein Privathaus war, das Nachbarhaus aber extra für den Film gebaut wurde. Jein. Jein? Erzähl mal, Mensch. Das Nachbarhaus existierte, sie haben aber um das Haus nochmal eine Fassade gebaut. Okay, ja, so war das. Ja. Auch geil, oder? Ja, voll cool. Das ist wie in diesen alten Western, wenn dann die Häuser immer so aussehen, als hätten sie so zwei Stockwerke, dabei ist es einfach nur so eine Holzfassade, die vorne drüber geht. Ja, ja. Und vor allen Dingen, also die Außensets, also die Veranda oder so, das wurde ja nur da gedreht, das restliche war ja dann, glaube ich, Studio, weil die mussten dieses Haus ja auch niederbrennen. Und deswegen haben sie eine Fassade drum gebaut und das Einzige, was das richtige Haus geschützt hat, war halt eine Schicht Asbest. So wie damals bei Asbest, auch so crazy. Wenn ich daran zurecht denke, dass sie bei The Wizard of Oz, der Schnee, ja auch Asbest war. Ich meine, es war anscheinend ziemlich gutes Zeug. Ja. Also halt. War ja nicht alles schlecht an Asbest, ne? Oh Gott. Ja, es gibt übrigens von dem Film auch wohl ein Buch, ne? Nein. Nee, es gibt wohl tatsächlich, oder es gab eine längere Version, aber die Deleted Scenes sind wohl leider verloren gegangen, also das Originalmaterial davon. Deswegen gibt es die nicht, aber der Film gibt wohl auch eine längere Version davon. Ja. Hätte mich interessiert, was da rausgefallen wäre. Aber hast du das Buch gelesen? Ja, irgendwie denke ich schon. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber vielleicht auch nur zur Hälfte. Ich weiß nicht, irgendwie weiß ich, dass ich das, ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann schon mal über diesen Film gestolpert bin und dachte ich, ich möchte es gerne mal lesen, weil es viele Sachen gibt, die, glaube ich, da nicht so direkt vorkommen. Wie gesagt, ich habe von Stephen King nur The Shining gelesen und Boogeyman, weil es eine Kurzgeschichte ist, aber ich vermeide Stephen King eigentlich aktiv tatsächlich. Zu lesen? Ja. Aber seine Bücher sind fantastisch. Das ist das Problem, dass er aber als dieser Standard des Horrors immer hingehalten wird. Wenn du in eine deutsche Buchhandlung gehst und du gehst in die Horror-Sektion, ist es meistens ausschließlich Stephen King. Und das pisst mich an, weil es da draußen so viele gute, junge, unbekannte Horror-AutorInnen gibt. Und dann Stephen King aber dieses Riesen-Rampenlicht bekommt. Dadurch weigere ich mich so ein bisschen, sein Kram zu lösen. Was er halt auch schon wirklich sehr lange macht, das hat er sich schon verdient. Das macht ja nicht aus Spaß. Ja, aber es macht halt keinen Spaß. Es macht mir keinen Spaß irgendwie so. Ich meine, klar, man findet überall Stephen King-Romane, aber du findest auch genug anderes Zeug. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass es heute ein großes Überangebot gibt. Ich glaube, wenn du wirklich speziell, dann kannst du sowieso in keinen Buchladen gehen. Nicht in Deutschland. Im Ausland finde ich immer, immer, immer alles, was ich brauche. Es gibt schon gute Buchhandlungen, wo du auch, ja, anderes Zeug findest. So ist es nicht. Und ich meine, man muss dazu halt sagen, seine Bücher sind halt wirklich gut. Die sind halt wirklich gut. Also S habe ich angefangen, das war mir dann aber einfach zu langatmig. Ich habe früher sehr viele Stephen King-Romane gelesen, auch welche, die nicht verfilmt wurden und die waren wirklich. Noch nicht. Ja, naja. Ich glaube, viele davon sind auch unverfilmbar. Das sage ich bei Children of the Corn die ganze Zeit. Trotzdem haben sie es schon 20 Mal versucht. Ich glaube, das Problem bei Stephen King-Verfilmungen und das ist heutzutage wahrscheinlich noch viel schwieriger in der Umsetzung ist, dass er dir halt Charaktere erschafft, die du super sympathisch findest und dann absolut kein Problem damit hat, sie einfach zu töten. Punkt. Weg. Weg. Und das ist halt heutzutage schwierig zu verkaufen. Hey, wir machen diesen Film und da ist diese, ich meine, der Nebel. You know? I know. So, weißt du? Deswegen, es ist schon, ja. Ich meine, hier ist es ja auch. Du würdest, wir kennen ja alle das Remake vielleicht und da haben sie es ja auch gemacht, dass sie die ältere Tochter getötet haben anstatt den kleinen Baby-Jungen. Also natürlich, wahrscheinlich auch, weil du dann jemanden hattest, der besser schauspielern konnte, aber ... Und die Katze war im Remake schöner. Das ist ja übrigens, der Junge, der Gates spielt, ist ja auch der Junge aus A New Nightmare und ich hasse den ja in A New Nightmare. Wirklich. Aber A New Nightmare ist auch kein so guter Film. Nee, aber ich glaube, der Junge macht es nicht besser, dass er da drin ist. Wen hättest du da lieber gesehen? Den Schauspiel von Damien aus der letzten Folge, oder? Ja, klar. Nein, ich weiß, es ist immer schwierig mitzunehmen, aber der ist schon echt. Ich frage mich bis heute, was mich geritten hat, dieses Remake zu gucken. Es ist so weird. Ich bin so selektiv, was Blu-ray-Kaufen angeht, dass ich mir wirklich eigentlich nur Filme kaufe, wo ich weiß, die werden mir gut gefallen. Also ich sammle halt gerne Filme, auch physisch und so. Aus irgendeinem Grund habe ich mir irgendwann mal das Friedhof der Kuscheltiere-Remake auf Blu-ray gekauft. Warum? Also ich bin ja mal wieder die extra Meile gegangen. Ich habe geguckt Friedhof der Kuscheltiere, Friedhof der Kuscheltiere 2, Friedhof der Kuscheltiere das Remake und Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines. Den wollte ich damals für den Podcast gucken, weil ich mir dachte, da rasten wir komplett aus, weil der so scheiße ist. Und jetzt sagst du, du hast ihn einfach so geguckt. Ich wollte extra darüber reden. In Vorbereitung auf das hier. Ich kann mich nicht erinnern, dass du das vorgeschlagen hast. Ich suche den Chat raus. Es tut mir leid. Ich habe geschrieben, hey, es kommt ein neuer Friedhof der Kuscheltiere, der ist nur im Streamer. Wie wäre es, wenn wir mehr über Streaming-Filme reden und du so, ja, da muss ich mir ja Paramount Plus für holen. Eben, Paramount Plus. Ja, das Sponsoring kannst du jetzt auch vergessen. Ich meine, ja, also, Friedhof der Kuscheltiere super. Friedhof der Kuscheltiere 2 ist schon super. Hast du den schon mal gesehen? Mhm. Ist wirklich, wow. Der ist schon echt hart an der Grenze zu sehr schlecht. Remake finde ich gar nicht so schlecht. Das Problem von dem Remake ist halt, dass er diese modernen Horror-Tropes hat, dass du diese super langen Szenen hast, wo jemand einfach nur einem Geräusch hinterher geht, damit man auf einen Jumpscare zu hinarbeitet. Das finde ich ist einfach bei dem Film sehr offensichtlich, vor allen Dingen, weil das dann Szenen sind, die es halt in diesem Film nicht gibt. Und dann ist es halt nur so, ja, okay, lauf mal ganz langsam diesen Gang entlang, weil da könnte irgendwas sein. Und deswegen, eigentlich ist das Remake gar nicht so scheiße, weil ich finde es tatsächlich besser, dass die ältere Tochter stirbt, weil die dann halt viel besser schauspieler hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die zurückkommt, das ist fucking creepy. Wenn die so ein Lazy Eye hat und dann hat sie hinten in ihrem Kopf die ganzen Büroklammern drin, das ist schon ziemlich. Weißt du, was das Remake ist? Das Remake ist, wenn du den Originalfilm im Friedhof der Kuscheltiere vergräbst, dann kommt das Remake raus. Es ist irgendwie das Gleiche, aber es ist eine schlechtere Version von dem 2. Die, die dir wehtun will, weil sie böse ist. Ja. Und ich mochte das Ende vom Remake nicht. Das war einfach so goofy. Das war wirklich sehr, sehr goofy. Aber das Ende von diesem Film sollte ja eigentlich auch nochmal ein bisschen anders sein. Ja. Es ist schon nochmal, es ist, wie gesagt, es ist kein, es ist nicht der beste Film, den ich jemals gesehen habe, um das mal wieder rauszubringen. Oh mein Gott. Aber das Remake ist jetzt nicht das schlechteste Remake, das gemacht wurde von dem Film. Und Bloodlines? David Duchovny? Ey, wird einfach alles ignoriert, was die damals, also erstens, hier erzählt er ja von diesem Typen, der in Bloodlines vorkommt. Weil der sagt ja, dass es nur einmal eine Person gab, die auf dem Friedhof vergraben wurde und die kam wieder zurück. Und das war so ein Typ, der im Vietnamkrieg war. Hier ist es, nee, es war ein Typ, der im 2. Weltkrieg war. Im Bloodlines ist es dann plötzlich der Vietnamkrieg. Dann hat dieser Typ irgendwie Freunde. Er hat eine Freundin, die dann auch seine Frau ist. Bloodlines ist sozusagen, heißt der Film, weil es viele Familien gibt, die diese Stadt gegründet haben, die alle wissen, was das Problem von diesem Friedhof ist. Hat er anscheinend vergessen in der Zeit, aber alle wissen das und sind halt sozusagen die Beschützer und, oh, es ist super weird und David Duchovny hat wirklich nicht so eine große Rolle. Und dann ist er auch so unnötig brutal teilweise. Och, nee, der ist echt nicht komisch. Es ist nicht scheiße schlecht, wie vielleicht alle Leute immer tun. Ich glaube, das Problem ist halt, dass du dich damit messen musst, dass du zu diesem Franchise gehörst. Wenn es jetzt einfach nur ein Film gewesen wäre, der Bloodlines gehießen hätte und die vielleicht ein bisschen umgeändert hätten, warum dieser Typ von den Toten zurückkommt, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Dir ist aber bewusst, dass sie aktuell an einem Sequel arbeiten? Natürlich, weil Paramount Plus irgendwas braucht, was sie auf ihrem Streamer zeigen können. Ja, da soll es dann um den Ursprung des Bösen gehen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dann geht es um Micmac-Indianer. Also ich finde generell, dass... Ureinwohner. Oh Gott. Wenn du da einen Bieb drüber machen könntest, wäre es super. Ich versuche, mein ADHS-Gehirn daran zu erinnern, dass es das tun soll. Alles gut, Skyfall, total geil. Ich meine, in dem Film heißen sie, also werden sie ja auch noch so genannt, so ist es nicht. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall, das ist auch dieses Ganze für Franchising, so Stephen King hat so viele Bücher geschrieben, warum musst du dann, und auch erklären, hör auf Sachen zu erklären, ich will nichts erklärt bekommen, wirklich. Ja, ja, nee, dieses, wir müssen zurückgehen, ist auch immer, das ist dann immer so der dritte Teil, wo ich mir so denke, Leute, ja, dann habt ihr halt keine guten Ideen mehr, okay. Dann macht halt einen anderen Scheiß-Horrorfilm, der genauso scheiße wäre, wie wenn ihr erklären müsst, wo das herkommt. Das Original-Poster von Pet Sematary, das Englische, so sauhässlich, ich habe noch nie so ein hässliches Poster gesehen, wirklich, was soll die Scheiße. Vor allen Dingen, wer ist dieser Typ da oben drüber? Das ist der, also der auf dem Poster ist der Typ, der da überfahren wird, oder der bei dem Arzt, der in der Praxis landet. Ja, genau. Weil der sieht nämlich aus wie der Typ, der im zweiten Teil zurückkommt. Aber ich mag das deutsche Poster tatsächlich, mit der Katze und den, das ist ein cooles Poster, bin ich, bin ich Fan von, aber das Original, holy shit, ist das hässlich. Du hattest ja gesagt, du hast den Film erst das letzte Mal gesehen, irgendwie als Kind oder so. Als Kind, und da erinnere ich mich, dass ich saumäßig Angst vor dieser scheiß Katze hatte. Wie war es? Nochmal? Wie ist jetzt nochmal? Es war okay. Es war wirklich, der war okay, der hat mich jetzt nicht mehr so gegruselt wie damals. Und auch, was das Pacing anging, fand ich es manchmal ein bisschen komisch, dass dann irgendwie über was gesprochen wird und dann passiert irgendwas. Und ich habe immer das Gefühl, dass auch Offscreen-Sachen passiert sind, die ich lieber gern gesehen hätte und so. Irgendwie war das dann so. Ja, die lädt es sich hin zu raus. Nee, der war, der war, der war okay. Der war halt wirklich nur so okay. Es ist halt wieder so eine Sache von, ja, als Buch bestimmt richtig gut, aber so filmmäßig. Eben, ich finde es halt ganz schrecklich, diese Szenen, wenn Gage zurückkommt und dann halt die Leute mit einer Puppe kämpfen. Ganz eindeutig. Ey, weißt du auch, wie peinlich das ist, wenn du dich von so einem Kind wegschlagen lässt? Ganz ehrlich. Und der dann mit seinem Skype-Pay. Es ist irgendwie Chucky-mäßig, ne? Ja, ja, voll. Chucky versus Pet Sematary. Da nimmt er dann so ein bisschen ab an Intensität, finde ich. Aber ja, das ist, naja. Zumindest spielt ja Fred Gwynn mit. Der war früher, ähm, hat bei den Monsters mitgespielt. So sieht der auch aus. Als Eddie Monster. Nee, nicht Eddie. Ach, Entschuldigung. Eddie ist der Sohn. Aber der sieht schon so aus. Ja, das stimmt. Er sieht aus wie Frankenstein. Äh, Frankensteins Monster. Mein Gott, was ist denn heute los? Erwachsen zu sein bedeutet, dass man erkennt, dass Frankenstein das wahre Monster war. Denn er war mit seiner Cousine, äh, mit seiner Adoptivschwester. Mit seiner Halbschwester. Ach, Mann, egal. Cousine war Fallout, sorry. Ja, nee. Deswegen, ich bin ja, ich liebe ja, äh, The Monsters. Herman Monsters, ja, ja. Ich find die alle, ich fand die so toll früher, weil die, ja, so Klischee-Horror-Charaktere sind. They don't make him like this anymore. Nee, leider nicht. Es gibt doch, hab ich nie gesehen. Gab's nicht von Rob Zombie in Monsters? Der war doch auch super scheiß, oder? Hab ich nie gesehen. Ich hab nur Schlechtes gehört. Hab ich mir nicht angetan. Ich konnte nicht. Konnte nicht. Nur Schlechtes gehört, wirklich. Ja, oh ja. Naja, ähm, lustigerweise, ähm, äh, ich lach mich tot. Richtig lustig, Daniel. Klopf, klopf. Du kannst nicht bei jemandem, der soziale Ängste hat, klopfen. Der macht nicht auf. Ding Dong. Auf gar keinen Fall. Wenn du hier klingelst, versteck ich mich unterm Bett. Und tu so, als hätte ich dir klingelt. So wie man sieht, dass das Telefon klingelt. Aber ich hatte doch angerufen, Zebo, weißt du doch. Wenn ich sehe, dass mein Telefon klingelt, dann drehe ich den Bildschirm um und ignoriere, dass es klingelt. Also du kannst mir eine Nachricht schreiben, ich weiß, dass du es hinkriegst. Der Telefon ruft mich nicht an. Aber falls doch, hier ist seine Telefonnummer. Nein, anstatt Zebo anzurufen, könntet ihr viel lieber abstimmen für den deutschen Podcastpreis. Kann man ganz einfach linken in der Beschreibung. Ohne Telefon. Ohne Telefon. Du musst nicht mal ein Telefon an. Nee, kannst verschiedene Browser benutzen. Aber ihr könnt eine Waschmaschine von uns gewinnen, denn wir verlosen. Oh Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ey, wenn wir den deutschen Podcastpreis gewinnen, dann kauf ich jemandem eine Waschmaschine. Ist mir egal. Das kostet doch nichts heutzutage. Ihr habt es gehört, Leute. Ihr kriegt nicht die teuerste, beste Waschmaschine, aber ich kauf euch gerne eine. Wenn das dazu geführt hat, ey, eine Waschmaschine ist der geringste Preis dafür. Ich hoffe, der deutsche Podcastpreis hört es nicht, weil das ist dann Bestechung. Aber nur von einer Person. So, like, doesn't count. Egal, sorry. Ist ja auch, 50 Prozent dieses Podcasts versuchen zu bestechen. Aber 50 Prozent tun es halt nicht und ab 50 wird aufgerunden. Das heißt, niemand in diesem Podcast versucht, jemanden zu bestechen. Sehr gut. Sehr gute Mathematik. Danke. Dafür, dass du sonst kein Mathe kannst. Kann ich auch nicht. Ja, fangen wir doch mal an mit Pet Sematary, diesem, ich finde, sehr gruseligen Film. Friedhof der Kuscheltiere. Ja, der Titel macht es wirklich scheiße. Friedhof der Kuscheltiere. Aber das ist halt iconic. Ja. Jeder weiß, was der Friedhof der Kuscheltiere ist. Ja, aber es gibt keinen Song, der heißt I Don't Wanna Be Buried on the Friedhof der Kuscheltiere. Warum nicht? Hm, vielleicht können wir, machen wir nach dem, Aufnahme machen wir einen fertig, okay? Ja, klar, hier im Studio. Ja, hier im Studio. Aber es ist ein deutscher Hip-Hop. Dein Lieblingsgenre. Ich will nicht begraben werden, im Friedhof der Kuscheltieren. Tieren. Ja, ich dachte, damit es sich ein bisschen reimt. Oh. Ähm, ja, wir beginnen nämlich den Film mit einer Zusammenfassung. Oh mein Gott, du hast absolut recht. Nämlich, ist aber, ist dir nur bewusst, weil du sie machen musst, sonst wärst du voll drüber hinweggegangen. Gar nicht. Ich schwöre. Das passiert aber oft in diesen Classics. Ja, weil jeder kennt doch die Filme, oder? Ach, wusstest du etwa vorher schon, dass die Familie von Dr. Lewis Creed in ein Landhaus ihrer Träume zieht und dort einen Haustierfriedhof im hinteren Teil entdeckt, weil die verfluchte Begräbnisstätte tief im Wald erweckt die Toten wieder zum Leben mit kleinen Problemen. Zunächst kehrt nur die Katze der Familie zurück. Doch ein Unfall zwingt den untröstlichen Vater, über das Undenkbare nachzudenken. Wow. Ja, hast du schon mal über das Undenkbare nachgedacht? Ähm, nee. Das kam mir nie in den Sinn, über das Undenkbare nachzudenken. Das Denken der Gedanken ist ein denkenloses Denken. Deshalb darf man nicht darüber nachdenken, dass man nachgedacht hat. Wenn die Gedanken sind frei, ne? Nee. Wer kann sie erraten? Die Gedanken sind sowas von nicht frei. Die ziehen vorbei. Ich denke den ganzen Tag an Käse-Nachos. Das kann nicht gut sein. Käse-Nacho? Ja, richtig geil jetzt, oder? Boah. Ui. Okay, nach dieser Zusammenfassung beginnen wir den Film aber mit einem Vorspann, wo wir den Friedhof schon sehen und dort Stimmen von Kindern vorlesen, was auf den Grabsteinen steht. Und es gibt übrigens auf diesem Friedhof, der natürlich nicht echt ist, auch einen Grabstein mit dem Namen der Katze von Stephen Kings Tochter, die nämlich gestorben ist und weswegen er dann die Idee hatte für diesen Film. Ich sehe so, wie Stephen King so eines Abends in das Zimmer seiner Tochter kommt und die sitzt da und weint mit der Leiche der Katze und er so, hold that shit. This is it. This is it. Ich hole meine Schreibmaschine. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ja, aber ich meine, es gibt ja viele Sachen, die dann da reingehen, aber das war anscheinend so der Grund, warum er gedacht hat, hey, was wäre es, wenn es einen Friedhof gäbe? Boah, ich freue mich schon richtig, wenn seine Frau irgendwann stirbt. Das wird der richtig bessere Roman. Oh mein Gott. Ich weiß doch gar nicht, ob der noch verheiratet ist. Vielleicht ist die ja schon nicht mehr unter uns. Unter uns? Naja, ich meine, das ist ja auch krass, die haben ja diesen ganzen Friedhof da gebaut. Das ist ja alles nicht CGI oder so. Die haben ja einen ganzen Friedhof gebaut, diese Barriere aus Holz haben die da hingebaut. Da gab es ja so ein ganzes Department, die sich nur darum gekümmert haben, dieses Haus da, diese Fassade, dieser Baum, an dem das Mädchen schaukelt, der stand gar nicht in dem Garten. Die haben den da eingepflanzt. Die hatten mehr als drei Bäume im Vergleich zu Zeit der Wölfe. Stephen King ist übrigens seit 1971 verheiratet. Immer noch? Ja, immer noch. Wow. Ja. Was für eine tolle Frau das sein muss. Ja, die hat ihm drei Kinder geschenkt. Okay, naja. Und als der Vorspann wird dann Rüde beendet mit einem Truck, der auf der Landstraße entlangfährt, was uns gleich mal sagen soll, das ist nicht die sicherste Straße der Welt. Und dann kommt die Familie Creed an, nichts zu tun mit Rocky. Das weißt du nicht. Eins ist die Familie Creed aus. Entfernte Cousins. Okay, cool. Und die kommt an ihrem neuen Haus an. Gage wird aus dem Kindersitz geholt. Gage? Gage. Ach, Gage. Wann wird er das Tor aus der Krippe geholt? Nein, Gage. Gage. Und Ellie rennt eben direkt zu dem Baum mit so einer Schaukel dran und schaukelt dort. Hat dich der Dialekt sehr gestört in diesem Film? Welcher Dialekt? Na, die Familie kommt ursprünglich aus Chicago. Du bist so doof. Aber sie haben eben nicht so einen übertriebenen Chicago-Akzent. If you say so. Deswegen mein ich ja. Ich zeig dir mal den anderen. Ich zeig dir, ich spiel dir nachher den Trailer vor. Er zeigt mir mal einen richtigen Film. Ich spiel dir nachher den Trailer vor von diesem Film. Dann kannst du mal entscheiden, ob das nicht super nervig ist, die ganze Zeit zu hören. Und während sie schaukelt, sieht sie auch, dass hinter dem Haus ein Pfad entlang geht. Und dann fällt die Schaukel auch direkt runter. Das Seil reißt und sie fällt hin. Deswegen fängt sie an zu schreien und ihre Eltern rennen beide zu ihr hin und lassen Gage leider komplett unbeobachtet. Foreshadowing? Who knows? Das Erstgeborene ist immer mehr wert, als alles, was danach kommt. Und es verliert mit Qualität, je mehr Kinder du kriegst. Das sagst du, weil du der Zweitgeborene bist. Ich bin der Erstgeborene. Oh, oh. Du bist der Letztgeborene. Du bist derjenige. Aber ich sag immer, meine Eltern wollten mich definitiv, weil du hast nicht so viele Kinder und hast dann nicht noch das Letzte. Das Erste ist meistens. Sie haben mit dir wirklich das Letzte bekommen. Das Erste ist meistens ein Fehler. Nee, ein Unfall. Ja, richtig. Und beim Zweiten ist man so, okay, ja, wir probieren es nochmal. Und wenn danach keine mehr kommen, also ab dem Punkt, wo keine mehr kommen, haben sie wohl ihre Mission erfüllt. Ihre Mission erfüllt. Und gedacht, das ist das Beste, was wir hinkriegen. Oder sie dachten sich so, boah, wirklich. Also dein Bruder kann mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich habe ihm gerade gesagt, dass er besser ist als du. Weil du meinen Bruder nicht kennst. Natürlich kenne ich deinen Bruder. Ach, stimmt, ja. Es gibt keine Beweise, dass du meinen Bruder kennst. Ich bin mir, da gibt es definitiv Fotos von wahrscheinlich. Du hast keine Fotos gemacht an dem Abend? Nein. Kein einziges. Glaube ich nicht. Du kannst es am dritten nachholen. Kommt dein Bruder mit? Ja. Ach so. Ja, okay. Wir gehen nämlich, weil Daniel so toll singen kann, endlich Karaoke singen. Dann singen wir Pet Sematary. Let's go. Let's go. Ich bin ready. Cool, geil. Das nehmen wir dann auf und dann posten wir es. Auf gar keinen Fall. Ja, genau. Sie lassen Gage unbeobachtet, der dann auch gleich mal Richtung dieser gefährlichen Straße wandert, wo auch natürlich sofort ein Truck ankommt. Und der Nachbar Judd kommt Gott sei Dank zu Hilfe und rettet ihn, bevor er ganz auf die Straße rennen kann. Ey, so wie die da rasen, das würde keinen drei Wochen dauern, bis die Anwohner sich beschweren, dass er da begrenzt werden soll. Aber in dem Moment, da auf diesem Teil ist ja nichts. Da sind ja nur die beiden Häuser gegenüber, die auch nicht so direkt an der Straße sind. Und? Ja, ich sag nur. Die könnten eine Schranke hinbauen. Und ich meine, das sind glaube ich alles so Oil Company Autos, die haben ziemlich viel Einfluss. Ist genau das Gleiche. Ja. Ja, und Rachel fragt dann Judd nach dem Pfad, der dort eben ist und er sagt, hey, ich nehme euch gerne mal mit und zeige euch, was dort ist und erzähle euch die Geschichte davon. Mysteriös, mysteriös. Judd ist übrigens Herman Monster. Ah. Nee, nicht direkt danach, aber so lange hat er nach dem Film nicht mehr gelebt. Ich glaube, 93 oder so ist der. Ruhe in Frieden. Also Rip in Peace, nicht Ruhe in Frieden, weil er schläft nicht. Nee, eben. Ruhe in Frieden darf man nur noch sagen, wenn jemand ins Bett geht. Genau. Ja. Louis, also der Vater. Louis. Louis schaut dann abends nochmal nach dem Pfad und wird dann von Church, der Katze, erschreckt, die dann plötzlich auf dem Baum steht. Es gab, glaube ich, übrigens drei Katzen, die alle einen anderen Job gemacht haben. Die Böse, die Gute und die, die sich auf den Arm abnehmen. Waren alles Good Boys, alle gute Churchills. Ja, bis auf die, die immer rumgefaucht haben. Hey, 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 die hatte Gründe. Louis geht dann zu Judd auf die Veranda, weil der sitzt da gerade, macht man so in der Gegend, dass man da, ich meine, die hatten ja auch kein Fernsehen. Und dann reden die beiden über die Straße und, also über die Gefährlichkeit der Straße und den Pfad, der da hinten entlang geht. Und Judd sagt dann eigentlich auch, hey, weißt du was, eigentlich gibt es den Pfad nur wegen der Straße, weil der führt zu dem Tierfriedhof. Und wenn, ja, nicht so viele Tiere von diesen Autos überfahren worden wären, bräuchte man gar nicht diesen riesigen Tierfriedhof und deswegen, und er sagt, er würde seine Katze auf jeden Fall kastrieren lassen, weil dann wandern die nicht so viel rum, was totaler Quatsch ist. Ich würde mir einfach keine Tiere holen, wenn man weiß, dass sie so Stück für Stück umgenietet werden. Ich meine, wenn man eine Katze hat und diesen Freigänger, muss man halt damit rechnen, dass die stirbt. Wenn wir mal einen Wellensittich holen. Oder ein Pack of Rats. Wir hatten mal einen Wellensittich und einen Hund und der Hund hat den Wellensittich totgebissen. Well, dann haben wir ihn auf dem Tierfriedhof begraben und dann kam er wieder und hat den Hund totgebissen. Dann haben wir den auf dem Tierfriedhof. Dann hat er mich gebissen. Erklärt einiges. Genau. Dann sehen wir, dass die Familie sich langsam eingelebt haben und wir lernen Missy kennen, die die Haushälterin ist und komplett unnötig ist für den Plot des gesamten Films. Ja. Make unnötige Charaktere. Ich frage mich halt, was war im Buch? Oder gibt es noch mehr Deleted Scenes mit Missy? Weil es kann nicht sein, dass sie so unwichtig ist. Das Einzige, wofür sie da ist, dass sie sagt, sie hat immer Bauchschmerzen, aber ist alles gut. Nicht so schlimm. Relatable. Die Familie wandert dann mit Jud zum Tierfriedhof, also die komplette Familie und Rachel findet nicht, dass es eine gute Sache ist, weil sie eigentlich nicht möchte, dass ihre Kinder so mit dem Tod konfrontiert werden. Aber das liegt nur daran, dass sie halt Trauma hat von sich aus. Ja. Und das auf ihre Kinder projiziert. Scheißeltern, die sowas machen. Ja. Weil Judd meint natürlich, dass Kinder irgendwann über den Tod Bescheid wissen müssen. Und ja, er zeigt ja auch, also er zeigt Ali, der Tochter, das Grab seines Hundes Spot, der dort 1924 gestorben und begraben wurde. Was übrigens nie erwähnt wird in Bloodlines. Dass dieser Typ, der dann Teenager spielt und dem nach seinem Hund schon gestorben und wiederbelebt wurde, das wird nie erwähnt in Bloodlines. Halten Sie sich offen für das Prequel, Prequel. Deswegen habe ich kurz über Nacht, weil eigentlich ist Bloodlines beruht ja überlegt. Ich hatte auch mal kurz über Nacht, dass, ob das vorkommt in dem Remake, weil eigentlich beruht ja Bloodlines auf dem Remake gewissermaßen. Ich will darüber nicht nachdenken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch da erwähnt wird, dass er einen Hund hatte, den er dort begraben hat. Deswegen, shame on you, Bloodlines, shame on you. Das ist der einzige Kritikpunkt an Bloodlines, den man haben kann. Naja, schon, wenn er sowas direkt missachtet, ist es doch irgendwie blöd. Das hätte man ja mit einbauen können. Genau, nachdem sie vom Friedhof zurück sind, fragt Ellie ihren Vater abends natürlich gleich direkt, was eigentlich ist, wenn Church stirbt. Weil, ja, die beiden reden dann über Gott, über den Tod und Ellie sagt so lustigerweise, Gott kann sich seine eigene Katze besorgen, der muss sich nicht Church holen. Und deswegen heult sie auch und dann fühlt sich die Mutter natürlich direkt bestätigt, dass man in so jungen Jahren nicht über den Tod reden muss. Church wird dann zum Kastrieren gebracht, also beraten, nee, befolgen sie gleich den Rat von Judd und Louis muss seiner Tochter versprechen, dass der Katze bei diesem Eingriff nichts passieren wird. Was natürlich totaler bescheuerter Bullshit ist, weil Tiere bei sowas und Menschen auch bei sowas immer sterben können. Und deswegen ist er sauer auf seine Frau, dass sie ihn hat sowas versprechen lassen. Genau. Und dann kommt Missy übrigens zwischendurch mal wieder rein und redet darüber, dass sie Bauchschmerzen hat. Er geht so raus, sie kommt mit dem Autohan, hat die Wäsche wieder bei, oh ja, ich hab Schmerzen, ja, kommen Sie doch mal bei mir vorbei, nee. Und dann kommt halt Rachel und entschuldigt sich bei Louis und das ist halt so, okay, ja, wir haben's kapiert, sie hat Bauchschmerzen. Hallo, Suffering von Frauen ist valid. Ja, ich mein, dann soll sie halt zum Arzt gehen, sie arbeitet für einen. Warum gab's damals eigentlich ständig irgendwelche Haushaltshilfen? Hat heutzutage, haben Leute heutzutage noch Haushaltshilfen? Weil die Leute nicht mehr das Geld haben. Naja, dann hat Louis seinen ersten Tag oder er ist auf jeden Fall, ja doch, er ist seinen ersten Tag und da gibt es gleich einen Schüler mit Kopfwunde, der in die Praxis getragen wird. Und, wenn ihr übrigens Pause drückt, während er in die Praxis getragen wird, dann laufen die an einer Pinnwand vorbei. Und auf der Pinnwand ist ein Hinweis darüber, dass, äh, man sich in Acht nehmen soll vor Hunden, die durch die Gegend laufen, die, äh, Tollwut haben. Und was ist da wohl für ein Foto auf dieser, äh, auf diesem Zettel, wo das draufsteht? Cujo. Okay. Stand da auch, dass man sich nicht, ähm, dass man Männern mit zusammengewachsenen Augenbrauen vertraut? Ja, genau, den soll man nicht trauen. Ich dachte, da kommt jetzt ein Stephen King Cameo oder sowas. Ne, das kommt ja noch. Ja, aber, weißt du, der kann, ich würde, wenn ich Director werde, würde ich mich in so viele Szenen wie möglich reinschmuggeln. Ja, aber hier wäre es ja, ist es ja so, wurde ja Stephen King reingeschmuggelt, nur halt. Cujo. Ja, ist auch nicht. Ich, ich poste mal ein Foto. Das ist ganz süß. Ja, für unsere Fun Facts auf Instagram oder Creepy Crypt Podcast. Wenn ihr das hört am Erscheinungstag, dann wartet noch zwei Tage, dann könnt ihr es sehen. Zeitreise. Ja. Ja, ähm, diese Person mit Kopfwunde, die reingetragen wird, heißt halt Pasco, ähm, und der hat eine echt derbe Kopfwunde und deswegen ist er eigentlich tot. Ähm, er wird aber nochmal lebendig. Um, äh, Louis zu sagen, dass, äh, the soil of a man's heart is Estonia. Das ist so der Satz, der ihm, der ihm sagt. Der Louis natürlich überhaupt nichts sagt. Die Erde eines, das Herzen eines Mannes ist steiniger. Ja, wow, voll gut übersetzt. Gut gemacht. Mhm, danke. Ähm, und Louis wundert sich aber natürlich, woher dieser Typ, den er noch nie kennengelernt hat, eigentlich seinen Namen kennt, weil er sagt ja auch noch Louis. Und dann, dann sagt er, glaube ich, I'll come to you oder so, also, dass er ihn noch besuchen wird. Und das passiert eigentlich auch direkt, weil nachts, als dann Louis zu Hause im Bett liegt, wird er von Pasco heimgesucht. Ähm, und der sagt ihm halt, dass er ihm helfen will und dann gehen sie zusammen nachts auf den Friedhof, aber mehr so, ja, doch, ja, schon. Ähm, und er soll auf gar keinen Fall an den Ort weitergehen, der hinter dieser Barrikade ist, ähm, weil dort, ähm, laufen die Toten, sagt er. Ja, zum Glück tanzen sie nicht. Ja. Vielleicht kann er nicht tanzen. Ja, können viele Leute nicht. Noch nie gesehen. Wie jemand tanzt? Wie du tanzt. Tja, ich kann alle Fortnite tänzen. Ja, cool. Super. Ähm, genau, deswegen soll er diese Barriere eben nicht übertreten und dann wacht Louis auf, denkt, es wäre nur ein Albtraum gewesen, aber er hat schlammige Füße unter seinem Bettlaken oder unter seinem Bettdecke. Ja. Ja. Und wie die Geschichte mit dem Mann, der glaubt, er aß seinen Schuh und als er morgens aufwachte, fanden die Schnürsenkel, ich krieg's nicht mehr hin, keine Ahnung. So, ich dachte gerade, du stotterst so, weil du denkst, ich weiß, wie es weitergeht. Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Dann hat er seinen Fuß gegessen? Nee, seinen Schuh halt. Keine Ahnung. Also, er hat geträumt, dass er seinen Schuh isst und dann hat er auch wirklich seinen Schuh gegessen. Ja, aber ich kenne nur das mit dem Typen, der mit dem juckenden Arsch einschläft und dann mit dem stinkenden Finger wieder aufwacht. Oh mein Gott, was ist denn los? Mann, kennst du diese Geschichte nicht? Mit dem Mann, der träumte, er aß seinen Schuh? Ach so, die Geschichte sind wir jetzt wieder. Oh Mann. Es klingt wie so, es gibt so einen berühmten Neurologen, der so viele Bücher geschrieben hat. Hier, guck mal. Einst lebte ein Mann in Peru. Der träumte, er aß seinen Schuh. Ein Limerick. Was? Mach weiter. Er erwachte voll Schreck und der Schuh, er war weg und der Schnür sinken gleich mit dazu. Hä? Ich versteh's immer noch nicht. Hä? Aber das ist, glaub ich, ein Limerick. Oder? Was soll das heißen? Das ist von Emily Dickinson. Oh, okay. So wie du's vorgelesen hast, klang's wie ein Limerick. Das sind so dreckige, kurze Gedichte. Nee. Was? Also, er träumt... Einst lebte ein Mann in Peru, der träumte, er aß seinen Schuh, er erwachte voll Schreck und der Schuh, er war weg und der Schnür sinken gleich mit dazu. Also hat der ihn doch gegessen? Ja! Ich bin verwirrt. Ja, Bro. Der hat seinen Schuh gegessen, während er schlägt. Okay. Genau wie er davon träumt, in den Wald zu laufen und dann mit dreckigen Füßen aufwacht, weil er in den Wald gelaufen ist. Ach so. Ja, okay. Mhm. Ja. Jetzt bin ich voll und ganz auf deiner Seite und weiß, was du mir sagen willst. Naja, manchmal träumst du Sachen und dann waren sie aber kein Traum, aber sie waren gleichzeitig doch ein Traum. Das kann ich jetzt nicht erzählen, weil es ist ein bisschen peinlich. Wie? Ich habe als Kind was geträumt und dann bin ich aufgewachsen und es war wirklich so. Du hast geträumt, dass du ins Bett gefinkelt hast. Ja. Aber es war halt super witzig, weil, also, meine Schwester, jetzt erzähle ich's doch, cool. Manipulation einander. Weil ich weiß noch, meine Schwester hatte so eine komische kleine Schminktasche. Ich glaube nicht mehr, dass sie die richtig benutzt hat, aber die war halt so rosa. Und ich habe halt wirklich geträumt, dass ich im Traum in diese Tasche pinkele, weil ich unbedingt aufs Klo muss und nichts anderes finde. Und dann wache ich halt auf und klicke halt total im Volk bis in den Bett. Und dann habe ich immer so, oh Mann, warum bin ich denn nicht aufgewacht? Aber ich war noch sehr jung. Du warst erst 31. Ich kann mich noch an dieses traumatische Erlebnis erinnern, komischerweise. Ich weiß auch nicht, warum. Aber daran kann ich mich noch erinnern. Wirklich, du offenbarst hier Dinge in diesem Podcast, jede Folge aufs Neue. Ich kenne halt deine ganze Familiengeschichte. Du hast also noch nie ins Bett gepinkelt. Also bestimmt. Ich weiß halt nicht mehr, wann das letzte Mal war. Jedes Kind macht das. Ja, ich kann mich nur an dieses eine Mal, komischerweise. Ich erinnere mich, als mir das letzte Mal in mein Bett gepinkelt wurde. Das war nämlich erst vor ein paar Stunden vor meinem Hund. Das hielt nicht. Ich kann ja gerne ins Bett pinkeln, bevor ich gehe. Nee, nee. Ey, nee, das darf ich hier nicht im Podcast fragen. Ich hatte letztens eine ganz interessante Diskussion mit meinen Freunden, ob man lieber Urin trinkt oder an einem großen Zeh lutschen würde. Ja. Und du bist der Urintrinker. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich lutsche doch nicht an so einem Fuß. Aber es geht doch viel... Nee, es geht viel schneller vorbei an einem Fuß. Nee, so richtig talk to me genüsslich. Ja, aber ein Glas Pisse trinken ist auch nicht geiler. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, Digga. Und vor allen Dingen, du weißt gar nicht, was die Person gegessen hat. Was ist, wenn es richtig übel gegessen? Ja, naja, weißt du, dass wenn jemand... Du weißt auch nicht, wo die Füße vorher gelaufen sind. Ja, aber meistens sind die in Socken drin. Das macht es nicht besser. Ja, aber das macht es auch... Das ist nicht so, als würde die... Würdest du dir aus meinen Socken einen Tee kochen lassen? Gibt es eine Alternative? Oder ist es nur, würdest du... Weil die Antwort darauf ist, nein, warum sollte ich? Gut, du darfst in dein Bett pinkeln, wenn du meinen Sockentee trinkst. Ich bin aber auch nicht scharf drauf, auf dein Bett zu pinkeln. Du hast den Vorschlag gebracht. Das ist kein Traum von mir. Du träumst von deinem eigenen Bett. Dreh das hier nicht um. Oh, meine Güte. Und das derailte jetzt extrem. Ich kann es nicht fassen, wirklich. Oh mein Gott. Du hast angefangen. Du hast mit deiner komischen Diskussion... Du hast gesagt, du willst mir... Schreibt uns doch bitte mal, ob ihr lieber an einem C lutschen oder ein Glas Pisse trinken würdet. Bitte, schreibt uns. Easy choice. Wirklich, ich verstehe dich, wie du... Und du bist ja auch... Ich weiß, dass du ein paar Leuten die Frage gestellt hast und alle waren so, ja, ich würde lieber am C lutschen. Und du warst so, what? Als ich die Frage das erste Mal besprochen habe, hat am Tisch jeder gesagt, dass Urintrinken das Bessere ist. Jeder. Das ist nicht... Das ist nicht mit euch in Ordnung, wirklich. Warum willst du mir ins Bett pinkeln? Damit dein Hund sich nicht so schlecht fühlt, dass er der Einzige ist, der das macht. Ich will nur deinem Hund irgendwie zur Seite stehen. Mehr nicht. So, wir sind ja bei Pet Sematary. Und wir... Thanksgiving jetzt, oder? Ja, richtig. Oh mein Gott. Wow. Okay. Ja, ich hab auch Notizen zu einem Film. Dank. Entschuldigung. Du Arschloch. Ja, aber dass du wirklich genau weißt, das ist... Ja, egal. Weil an Thanksgiving geht nämlich Rachel und die Kinder gehen Rachels Vater besuchen, der nicht so gut zu sprechen ist auf Louis. Komischerweise, was super weird ist, weil der Typ ist Arzt. Ja und? Wie scheiße... Naja. Das ist eine gute Partie. Sorry. Wie scheiße können Ärzte sein? Das kann ich dir erzählen. Wie scheiße können Väter sein? Pass mal auf, weil ich letztens... Letztens war ich die Real nicht again. Ähm, genau. Äh, und Judd ruft dann Louis an, äh, weil er ihm sagen möchte, dass Church leider überfahren wurde in der Zeit. Warum durfte man das nicht sehen? Also ich will's nicht sehen, aber... Warum wolltest du's sehen? Warum willst du mir ins Bett pecheln, Daniel? Das ist so uninteressant. Daniel. Wir sehen ja noch, wie... Warum willst du's... Wir sehen doch noch, wie jemand überfahren wird. Ah, im Remake sieht man das doch, oder? Wie die Katze überfahren wird? Ja. Nee, ich glaub, nee. Die, die, bei der... Da ist es, glaub ich, so, dass die auf dem Boden festgefroren ist oder so, aber mehr nicht. Die liegt da schon so lange, dass das keiner mitbekommen hat. Die steht dann nachher, wenn die... Das Mädchen und so, dann steht die da rum, aber die wird... Man sieht nie, wie sie überfahren wird. Da will ich einmal sehen, wie ein Tier getötet wird und werde verwiesen, verweigert. Genau, ähm, und Judd führt ihn dann eigentlich nur zum Tierfriedhof, aber er ist dann sehr traurig darüber, weil er auch so ein guter Freund ist von Ellie und dann sagt er, weißt du was, komm, wir gehen mal dahin. Und dann führt er ihn über die Barriere und sie wandern sehr, sehr lange und hören übrigens auch zwischendurch so Geräusche im Wald, was im Remake auch tatsächlich mehr zur Sprache gebracht wird. Und ich glaube, im Buch tatsächlich auch Thema ist, dass es eigentlich auch darum geht, dass es ein Wendigo gibt. Das ist so ein... Ich weiß, was ein Wendigo ist. Ich finde es nicht okay, wenn weiße Menschen... Das ist schon kulturelle Aneignung. Okay. Finde ich. Ich finde wirklich, dass es kulturelle Aneignung ist. Vielleicht hat es Mary Lambert deswegen weggelassen, weil es wird... Da wird nie über den Wendigo gesprochen, aber ich glaube, im Buch geht es mehr darum. Ich weiß. Tatsächlich. Und das ist so der einzige oder die einzigen zwei Momente, wo tatsächlich mal überhaupt anerkannt wird, dass es da vielleicht noch was anderes gibt. Dann kommen sie an der Mic-Mac-Ureinwohner-Grabstätte an und Louis muss das Loch für die Katze selber graben, weil jeder begrabt, begräbt seine eigenen Leichen. Ja. Die können sich auch nicht selber verbuddeln. Nee, aber jeder seine eigenen. Man darf nicht helfen. Ähm, sie kommen dann erst spät abends wieder zurück und Judd sagt dann Louis, er soll seiner Familie erstmal nicht erzählen, was heute passiert ist. Ähm, und dann sagt er nämlich, die Erde eines, das Herzen eines Mannes ist steiniger. Und dann ist Louis so, den Satz kenne ich schon. Er ist der Einzige, der den Satz nicht kennt. Und dann telefoniert Louis mit Ellie und Gage. Ähm, am nächsten Tag ist Church dann natürlich wieder zurück. Surprise! Wie hätte es anders sein können? Mit den leuchtenden, leuchtendensten Augen, die man haben kann. Ja, das ist irgendwie so ein Kameratrick. Die haben da irgendwas aufgemacht oder so und deswegen. Ja, ich kenne das, wenn ich meine Katzen fotografieren würde oder so, dann leuchten die auf einmal so. Und er stinkt und er ist, er bewegt sich komisch und er ist aggressiv gegenüber Louis. Ja, das stimmt. Er krallt voll nach ihm. Ja, wenn mich jemand verbuddeln würde, wenn meine erste Handlung auch am nächsten Tag ist. Ey, fuck you. Aber würdest du dann wieder zurückgehen zu dem Haus von dem Typen, der dich verbuddelt hat? Da gibt's Essen. Ja, gibt's woanders vielleicht auch. Ähm, Louis muss dann natürlich mit Judd reden, weil what the fuck. Äh, und Judd erzählt ihm dann die Geschichte von seinem Hund Spot, äh, der, den er auch damals begraben hat. Und, äh, als Spot dann zurückkam, war er halt ein bisschen aggressiv und hat seine Mutter angefallen. Und deswegen musste er, glaube ich, nochmal erschießen, erschießen. Nochmal erschossen werden. Ja. Aber direkt nochmal. Ich glaube, sie haben ihn schon direkt dann nochmal erschossen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und Louis fragt dann, ob auch schon mal jemand einen Menschen dort vergraben hat. Und das findet, die Idee findet Judd schon absurd. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob er es ihm da erzählt. Nee, erst später. Ah, okay, cool. Ähm, und dann sehen wir, wie Louis baden geht und Church wirft ihm eine tote Ratte in die Wanne. A pet of rags. Was hab ich gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Was? A pet of rags, hab ich, glaube ich, gesagt, ne? Und ich wollte sagen, das war... A pack of rags. Das ist cool. Ich hab, ich hab gedacht, das war einfach irgendein Wort, was ich nicht kenne. Hab dich einfach sagen lassen. Ich glaube, ich hab wieder um, umdreh. Es ist spät. Nein, ich mach das ja ständig, auch wenn es nicht spät ist. Darauf müssen wir uns einigen, glaube ich. Ähm, genau. Und das findet Louis natürlich nicht geil. Wie könnte es anders sein? Äh, äh, äh. Äh, 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 die Familie kommt dann wieder zurück und Ellie fragt nach Church, weil sie nämlich geträumt hat, dass er tot sei und auf dem Friedhof begraben wurde. Weil im Buch hat sie The Shining. Also irgendwie hat er dieses Thema wohl in sehr vielen Büchern benutzt, dass Kinder The Shining haben. Weil die hat ja auch im Buch mehr so Visionen. Brauchen ein Shining Cinematic Universe. Stimmt. Es gibt leider schon zu viele Filme, die scheiße sind. Dr. Sleep. Gesehen? Ja, im Director's Cut. Noch länger. War okay. Wirklich? Immerhin haben sie dann das Ende aus dem Originalbuch von, also das Shining-Ende genommen, weil dann das Hotel ja abbrennt. Ach so, weil es abgebrannt ist. Ja, klar. Ja, war okay. War wirklich nicht so scheiße, aber ich erinnere mich auch nicht mehr so doll. Der ist nicht so kleben geblieben. Ich weiß nicht, dass es da komische Vampire gab oder sowas. Ne, Energie- Vampire, ja. Ja, irgendwas komisches. Keine richtigen Vampire. Ja. Die saugen halt so das Shining aus den Kindern aus. Kinder sind anscheinend besonders saftig. Ja. Weil die noch näher am Tod sind. Noch näher am Ich glaube, da ist das Shining auch am kräftigsten, wenn die noch jung sind. Ja, aber es ist ja so, dass auch Geister eher zu Kindern angezogen sind wegen, also man glaubt ja eher, dass das, dass in diesen ganzen Horrorfilmen sind es ja auch immer Kinder, die die Geister zuerst sehen. So, Mama, der redet mit mir. Also irgendwas hat das, weil die noch näher am, am. Sind ja alles imaginary friends, weißt du ja. Ich möchte nie wieder über diesen Film reden. So, scheiße ist er gar nicht. Guck ihn nochmal. Wir sehen dann, wie sich Missy hängt. Weil, warum nicht? Die hatte Bauchschmerzen. Ja. Nein, sie hatte Krebs. Das sorgt auch für Bauchschmerzen. Und dann wird sie beerdigt und da haben wir dann das Cameo von Stephen King, weil er ist nämlich der Sarg. Der Sarg. Er spielt den Sarg. Umgreift sie einfach nur so. Und bei so Nightmare on Elm Street mäßig, wenn er die Mutter runter ins Bett zieht. Ja. Ja, cool. Dann, weil diese Beerdigung stattfindet, reden Louis und Ellie natürlich wieder über den Tod. Und dann erzählt, also nicht, das erzählt sie nicht ihrer Tochter, aber sie reden, sie redet mit Louis, also Rachel redet mit Louis über die Geschichte von ihrer Schwester Zelda, die eben als Kind weggesperrt wurde in so ein Hinterzimmer, weil sie irgendeine Krankheit hatte. Und ja, das war alles nicht cool. Und eines Abends war Rachel halt alleine zu Hause. Und das war natürlich der Moment, in dem Rachel erstickt ist. Und das war logischerweise sehr traumatisch für Rachel. Ja. Dass Zelda erstickt ist. Ja, genau. Das habe ich aber irgendwo schon mal gehört. Diese Story. Irgendwie sowas. In irgendeinem Stephen King. Ich weiß auch nicht. Im Remake von Friedhof der Küche. Nee, 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 nee. Dass jemand auf seine Schwester aufpassen musste und die ist dann erstickt. Dass irgendwer stirbt und ach, ist auch egal. Ich komme nicht mehr drauf. Friedhof der Kücheltiere 2? Oh, nö, du musst nicht. Genau. Ja, auf jeden Fall arbeitet sie damit ein bisschen ihr Trauma ab, was leider nicht so viel bringt. Denn am nächsten Tag sehen wir, wie ein Truck in dieser Oil Company losfährt, während die ganze Familie im Garten spielt und einen Drachen steigen lässt. Und während Louis ein bisschen abgelenkt ist, läuft Gage eben Richtung Straße. Und dann sehen wir nicht mehr viel, außer nur noch einen blutigen Schuh und dann wissen wir. Einen blutigen Schuh? Es war einmal ein Louis in Peru, der träumte von einem blutigen Schuh. Okay. Das ist so im Aschenputtel, dann kommt es auch vor. Guru, guru, blutest im Schuh. Runkel die Kuh, blutest im Schuh. Ja, genau. Doch ein echter Pirat, naja, egal. Das heißt, sie hat ihr altes Trauma gerade überwunden und das führt leider dazu, dass ihr Sohn ... Da warst du schon richtig happy, als das passiert ist, oder? Deswegen dachte ich so, jawohl, die haben doch noch eins. Weh, du schaffst es rechtzeitig dahin. Mach einfach ein neues. Nein. Das fand ich ja beim Remake eigentlich ganz gut, dass sie mit der Erwartung gespielt haben, dass der Junge stirbt und dann aber das Mädchen umgebracht haben. Das war ganz nett gemacht. Für Leute, die das Original kennen. Für alle anderen war es einfach nur ... Ja. Also, welches Kind wollt ihr, da konnte man abstimmen, welches Kind wollt ihr, dass er stirbt? Also, wie bei Batman damals, ob Robin tot ist oder nicht. Der wurde vom Joker so verkloppt. Ach so. Und dann konntest du halt ... konntest du tatsächlich abstimmen, soll er wirklich tot sein oder nicht? Und die Leute haben dafür gestimmt, dass er verrecken soll. Nein. Das war so funny, ey. Oh mein Gott. Die haben ihn gehasst, das war so witzig. Der arme Robin. Fuck Robin. Aber es kam ja dann ein anderer Robin, deswegen. Und der Robin kam dann irgendwann später wieder zurück, weil er doch nicht tot war und er war dann real tot. Oh, und dann haben nicht alle so, hey, Bitch, wir haben dafür gestimmt, dass er stirbt. Niemand ist in Comics jemals tot. Ja, das stimmt. Das wirklich stimmt. Ähm, genau. Äh, dann sind wir auf der Beerdigung des Kindes und Louis und der Vater streiten sich, weil der Vater jetzt bestätigt sie, dass Louis ein Versager ist und dabei werfen sie den Sarg um, warum auch immer das wichtig ist. Ähm, und Ellie fragt, ob Gott das nicht zurücknehmen könnte, wenn er wollte. Nee, die haben keinen, äh, Kassenzettel mehr. Ja. No reading. Den haben wir leider schon abgegeben, die, äh, Garantie ist abgelaufen. Ja, nach zwei Jahren kannst du das Kind vergessen. Aus dem letzten Geburtstag ist die Garantie abgelaufen. Ähm, genau. Jud hat natürlich schon so eine Ahnung, was, äh, Louis vielleicht vorhaben könnte. Deswegen, äh, sagt er, hey, ne, mach mal nicht, da diese heilige Stelle und so, das ist nicht eine gute Idee. Das finde ich im Remake übrigens besser, weil er ihn ja dann betäubt, damit er eben nicht in die Quere kommt. Das ist die logischere Variante. Weil hier ist es nämlich so, dass er ihm jetzt erzählt, dass es schon mal passiert ist. Ja, mit Bill Baterman. Genau, der Timmy seinen Sohn begraben hat. Und, ähm, genau, dann kam halt so ein Typ zurück, der auch sah wie Timmy, aber das ist es übrigens dann wirklich, das ist die Geschichte in Bloodlines. Ja, ja. Aber in dem Film wird ja auch gesagt, dass sie dann einfach verschwunden sind, ne? Bill und seinen Sohn. Nee, 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 die, äh, die Menschen aus dem Dorf, wie gute Menschen aus dem Dorf. Nee, die haben das Haus angezündet und dann sind die beiden aber verschwunden. Nee, man sieht, wie die, während, in, während das brennt, noch in dem Haus sind. Während es angezündet wird, sind die ja beide noch im Haus. Das sieht man in dem Film so. Mhm. Die sind nicht verschwunden im Sinne von. Aber wurden die Leichen gezeigt? Nein. Ja. Nein, rutschig. Aber ja, David Duchovny ist übrigens Bill Baterman. Das ist so ein schlechter Schauspieler. Ich liebe Agent Mold, aber David Duchovny könnte nicht darum schauspielern, wenn sein Leben davon abhängig wäre. Für mich, der ist kein guter Schauspieler. Ist er nicht. Ja, keine Ahnung, ich hab nicht so viel von ihm, ich hab vor kurzem diese Romantik-Komödie gesehen, die jetzt rauskommt, ähm, Something Happens Later oder so mit Meg Ryan. Hast du schon mal erzählt im Podcast? Ah, cool. Hast du wirklich? It's horrible. It's horrible. Stimmt, da hast du dann nämlich das letzte Mal gesagt, dass er ein Schauspieler ist. Ich weiß nicht, dass du davon wegkommst. Aber nein. Aber warum ist es der Klassiker, über den wir sprechen, wo es noch einen Ice Night Kill Song gibt? Hä, weil ich mir die Filme bewusst nur nach Ice Night Kill Songs raussuchen. Oh, Daniel, jemand hat zufällig Pet Sematary vorgeschlagen. Ich weiß, den hattest du vorgeschlagen, glaube ich. Ja. Never ever. Doch, doch, doch. Warum sollte ich? Warum sollte ich den vorschlagen? Dann war es ein Zuschauer, äh, Zuhörer, ein Zuschauer. Das kann gut sein. Ich glaub schon. Ja, also wir sind, wir kommen mal gut durch. Also The Crow, Jaws, The Shining ist noch offen, Devil's Rejects, Edward Scissorhands, American Werewolf in London, It haben wir noch offen, Candyman, Cabin Fever, Child's Play, Resident Evil, American Psycho, Hellraiser, The Fly, Hostel und Evil Dead. Ey, der Hellraiser-Song ist richtig gut, der heißt The Box. Ja, aber du weißt, über was wir wahrscheinlich demnächst sprechen werden. Ich weiß gar nichts. Oh, fuck. Ähm, so, äh, ja, wo war ich? Oh Gott, nein, Sometimes Dad is better. Sometimes Dad is better. Ja, äh, ja. Er sagt im Deutschen, manchmal ist das Tod, manchmal ist... Ist das Tod besser? Manchmal ist Tod sein besser. Keine Ahnung. Manchmal ist Tod besser. Als hätte ich den Film auf Deutsch geguckt. Ja, who fucking knows? Keine Ahnung, Transkript raussuchen oder so. I don't know. Ähm, Rachel und Ellie gehen Rachels Eltern wieder besuchen, weil sie das doch sehr mitgenommen hat und, äh, Ellie hat dann auch einen bösen Traum, weil sie hat ja The Shining. Und, ähm, wie könnte es anders sein? Nein, Louis kommt natürlich nicht sofort mit, weil er hat noch einen anderen Plan. Er gräbt natürlich Gage aus und bringt ihn zur Mic-Mac-Grabstätte. Mic-Mac-Grabstätte. Um ihn dort zu begraben. Er sieht zwischendurch noch natürlich Pascoe, der ihn mal wieder warnt, dass, ähm, das keine gute Idee ist. Und, ähm, wir sehen dann wieder Ellie, die einen Albtraum hat, äh, von Pascoe, glaube ich sogar, der ihr sagt, dass Louis was Böses vorhat. Der ist einfach so ein richtiger, weiß nicht, warum der so rumgeistert. Ey, wie der sich in diese Familie reinpackt. Das verstehe ich gar nicht. Du hast nix mit denen zu tun, lass sie bitte mal in Ruhe. Ich check das wirklich nicht, wo der immer herkommt, dann, die so nervt und da ist und ich check gar nix. Für den möcht's ein Prequel geben. Ich will wissen, warum der so komisch ist. Oh Gott, das ist Pesco, oh mein Gott, das wäre wahrscheinlich sogar, ja. Pasco Cemetery. Aber es wäre wahrscheinlich voll das Gute, also halt. Ich meine, der muss ja auch eine Ahnung haben, wenn der Louis mit Namen anspricht. Irgendwas, was ist mit Pascoe? Theoretisch, ich meine, er ist einfach nur besessen, aber ja. Naja, Stalker, Alarm. Äh, Rachel hört dann übrigens auch so ein bisschen Pescos Stimme mittlerweile, weil, also nicht so richtig, aber schon so ein bisschen. Und dann versucht sie, äh, Louis anzurufen und da er nicht rangeht, ruft sie eben Judd an, der, äh, sich dann auf eine Idee hat, was passiert ist und sich dann sozusagen vor seine Veranda setzt und aufpassen will, ob er, äh, Louis sieht. Ähm, und Rachel macht sich dann natürlich auf den Weg nach Hause, weil sie Ahnung hat, dass, äh, weil sie Angst hat, dass was Schlimmes passiert. Genau. Ähm, sie hat dann, äh, im Flugzeug eine Vision von, ähm, der, von ihrer Schwester mal wieder, ähm, weil, ja, genau. Ein Trauma kommt immer zurück. Ich hab hier so ein Wort geschrieben, das kann nicht bedeuten, was ich sagen wollte. Das macht bei dir, ist öfters so, das ist normal. Ich glaub, die ist irgendwie Autokorregtur. Es gibt übrigens noch mehr Pasco-Szenen, die rausgeschnitten wurden aus der Fassung. Ja, glaub ich auch. Ich will mehr. Aber die gibt's halt nicht mehr. Es tut mir leid. Hol sie zurück. Du hast das Buch gelesen, also kommen die doch sicherlich auch vor, oder? Ich hab das Buch nicht gelesen. Ach so, hast du nicht. Ach, hab ich doch gesagt. Ich lese kein Sieg. Vorhin hast du irgendwie sowas gesagt. Das Shining. Ja, aber ich hab vorhin sowas gesagt wie, ja, im Buch hat, äh, Ellie nämlich das Shining und du warst so, ja, ja, ich weiß. Und ich hab gesagt, wo, wo bleibt das Shining-Universe? Okay, aber du hast auch gesagt, ja, du weißt. Ich weiß gar nichts. Ey, ich mein, wir haben's auf Banns. Ich schneid das raus, du wirst so richtig gegaslighted jetzt. Oh mein Gott, nein. Du würdest das nie wissen. Schack. Scheiße. Ähm, ja, äh, Judd ist leider eingeschlafen. Ähm, weswegen er nicht sieht, wie Louis tatsächlich den Pfad entlang geht mit so einer kleinen, mit so einem Sack in der Hand. Äh, Rachel mietet ein Auto, weil sie leider nicht, äh, vorwärts gerade. Ich dachte gerade, du redest Englisch und sagst, die miete, also miet, weißt du? Achso, sie trifft ein Auto. Sie trifft, sie trifft, sie mietet ein Auto. Weil ich so in diesem, in diesem englischen, äh, in diesem, in unserem Denglisch gerade drin war, dass er, sie mietet ein Auto. Kannst du auch Deutsch reden? Sie trifft ein Auto. Hey, hallo liebes Auto, wie geht's dir? Oh, das ist, äh, wie heißt's, äh, what the fuck? Wie heißt dieses scheiß Auto von Stephen King? Christine. Christine, genau. Damn. Die hat leider kein Cameo in diesem Film, nicht so wie Cujo. Christine. Konnte man nicht reinbringen. Ähm, genau. Äh, Louis geht dann weiter auf diesem Ding und hat dann diese komische Vision von diesem Gesicht aus dem See. Das war auch irgendwie nur, um den Film gruseliger zu machen, aber hat so null, weiß nicht, null Platz darin, finde ich. Das war irgendwie komisch. Und, äh, Rachel wird leider von, von diesen Mächten sozusagen aufgehalten, weil sie crasht nämlich das Auto, weil ein Reifen platzt. Also, diese Mächte versuchen sie da dran zu hindern, während Pascow daran arbeitet, dass sie, äh, weiterkommt. Bringt aber nichts, weil Louis ist ja leider schon fertig. Der hat schon das komplette Kind vergraben, äh, einen Steinhaufen, äh, drauf gebaut und wir sehen auch, wie so eine Hand aus diesem Steinhaufen rauskommt. Dabei hat sich der Junge übrigens, glaube ich, wirklich verletzt oder so. Gut so. Gott, ich bin auch der Kinderhasser. Was ist heute mit dir los? Warum hast du Kinder so? Oh, du. Die Gründe kannst du gar nicht aufzählen, ne? Wo fangen wir an? Ähm, Rachel wird dann von einem Trucker mitgenommen. Stranger Danger. Damals in den 80ern ging das noch. Oder als das, als das passiert ist in dem Film, wo sie dann so trampt und dann hält er an und sie steigt einfach nur so ein, denkst du mir so, im Leben würdest du sowas heutzutage nicht mehr im Film zeigen? Ne. Mal abgesehen davon, dass keiner mehr trampen würde. Wahrscheinlich. Tramp man noch? Ich hab keinen, ich trampe nicht durch Berlin, nein. Ne, aber halt so in anderen. Weiß ich nicht. Wo soll ich das wissen? Bist du früher getrampt? Äh. Hast du noch in. Ich hab das schon mal gemacht, ja? Ja, okay. Ich auch. Ich hatte Angst. Oh. In dem Moment dann, weil ich mir dachte so, warte mal, du sitzt gerade bei einem Brandenmensch im Auto. Ist schon komisch. Ist es ja auch. Ja, mega. Du kannst dich mal rausspringen und dich wegrollen. So wie bei Freitag der 13. Freitag der 13. bringt uns immer zusammen, ne? Weißt du noch, als wir damals gesagt haben, alle Wege führen zu Grand Crystal Lakes, auch Freitag der 13. konnte. Ach, das ist Freitag der 13. Dann kam Chris Lake. Wow. Als wir es beide gleichzeitig gesagt haben. Ich denke an nichts anderes. Ja. Außer, dass du mir ins Bett pissen willst. Oh mein Gott. Weil du Pisse trinken möchtest. Ey. Juicy. Ähm, ja. Gage, also das, was Gage sein soll, kommt dann zu Hause an und schnappt sich erstmal Papi Skalpell. Der liegt nämlich komplett ausgenockt im Bett. Und deswegen geht Gage zu Judd, was auch immer ihm dieser Mann getan hat. Der weiß zu viel. Ja, aber. He knows. Er weiß. Er weiß es. Ne, der ist derjenige, der die ganzen Leute vor dem Friedhof warnt. Wenn der weg ist, kann doch niemand mehr warnen. Stimmt, er gehört ja zu dieser Bloodline. Ja. Genau. Nein, aber. Ich meine, warum stürzt er sich nicht erst auf seinen Vater, wenn er eh alle umbringt? Weil der Vater komplett crazy ist. Hm. Okay. Naja, er geht zu ihm nach Hause und dort gibt es dann so eine Art Kampf zwischen den beiden, wo Gage ihm halt derbe tief in die Ferse schneidet. Der verliert einfach gegen ein Kind. Ja, weil das Kind sich gut versteckt. Dumm. Und den Überraschungsmoment nutzt. Dumm. Also, entschuldige mal. Lass mal über Chucky reden. Er schneidet ihm erstmal die Fersen durch. Dumm. Da kannst du dich sowieso schon nicht mehr bewegen. Ach, Blödsinn. Wenn das passiert, ist es vorbei. Wollen wir es probieren? Ja, du schneidest dir die Fersen durch. Und dann gucken wir mal, ob du mir noch entkommst. Ja. Der Trucker, ne? Der da mitfährt. Bei dem die Frau mitfährt, ne? Was kommt jetzt? Ne, nix. Der hört Judy the Punk Rocker von Ramones. Mir gerade nur wieder eingefallen. Das ist ein Banger-Song. Ne, das ist der erste, der den Jungen überfährt. Ach, der hört das. Ach, egal. Irgendein Trucker hört Musik. Der Trucker, der den Jungen überfährt, hört Judy the Punk Rocker. Ja, geil. Weil Stephen King so ein großer Fan war von den Ramones. Ja, verstehe ich. Genau. Er schneidet ihm die Ferse durch und dann seine Mundwinkel. Und dann beißt er ihm auch noch in den Hals. Like, what's wrong with him? Tasty. Das ist Overkill, würde ich mal behaupten. Oder? Ja. Find schon. Rachel kommt dann zu Hause an und wird eben auch zu Judd gelockt, weil das ist jetzt die Leichenhalle. Und da gibt's dann so eine Zelda-Täuschung, weil komischerweise sind die Kräfte jetzt so geil, dass sie auch noch Visionen dahin ballern. Aber dann ist es doch Gage. Und dann hört man eigentlich nur einen Stich und Schrei. Also man sieht nie, wie die Mutter wirklich umgebracht wird. Das ist ja auch noch so, die Mutter ist ja noch voll froh. Und er so, ich hab was für dich. Ja, ich mein, die hat ihr Kind schon ewig nicht mehr gesehen. Und sie hatte böse Träume und so. She got what she deserved. Louis wacht dann morgens endlich auf, nachdem er sehr lange durchgeschlafen hat, weil er so erledigt war. Und sieht so schlammige Spuren, die durch sein Haus laufen. Und Rachels Vater ruft dann halt an und sagt, hey, Ellie hatte wieder einen Traum und es geht Rachel gut, weil die sollte nämlich bei dir sein. Und deswegen folgt er den Spuren. Und dann ist, glaube ich, Gage irgendwie so fake am Telefon und so. Und sagt er genau, dass er mit allen gespielt hat und so. Also dann ist es ein bisschen mysterious, mysterious. Louis spritzt deswegen die Katze tot, voll unfair, absolut nicht notwendig. Und geht dann in Judds Haus, das so ein bisschen verschimmelt aussieht, was aber nur eine Version ist. Ich glaube, das kam irgendwo im Haus vor und sie konnten das nicht so, äh, im Buch vor. Und ich glaube, sie konnten es nicht so umsetzen, wie es im Buch vorkommt. Deswegen haben sie es ersatzweise dort benutzt. Mäh. 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 I don't know. Is this happening? Is this reality? Is this real life? Ja. Or is this just fantasy? Äh, Louis findet dann den toten Judd. Cooles, ähm, cooles, was, Modell? Ist ja nicht der echte. Und, äh, die erhängte Rachel. Und da stürzt sich dann sein Sohn aus der Luke auf dem, vom Dachboden auf ihn. Final Fight. Ja, der auch echt, echt aussieht. Und nicht wie mit einer, äh, Puppe. Er kämpft einem mit dem Kind so peinlich. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, genau. Er kämpft mit dem Kind. Ja, ich meine, aber, Entschuldigung, das ist wie bei Chucky. Ja. Die kämpfen mit einer Puppe. Ist auch lächerlich. Wortwörtlich. Ja. Kämpfen sie mit einer Puppe. Ja. Ja. Weil du gesagt hast, lass uns lieber über Chucky reden. Das ist genau der gleiche Scheiß. Also. Ja, außer, dass Chucky eine Puppe ist. Nicht, dass Chucky scheiße ist. Ja. Ja. Aber ob es eine Puppe oder ein Kleinkind ist, macht doch keinen Unterschied. Doch, weil die Puppe besessen von einem Serienmörder ist. Ja. Das Kind ist einfach nur ein Scheißkind. Nee, der ist besessen von einem Mic-Mac-Geist oder so. Nee, von einem Wendigo. Ja. Also, dann kann der doch auch übermenschliche Kräfte haben. Chucky versus Gage. Wann? Uh. Yes. Let's go. Change. So. Versus Megan. Ähm, genau. Er hat dann aber auch wieder so eine Spritze dabei, mit der er schon die Katze totgespritzt hat. Morphine spritzen. Ist es Morphine? Ja. Meinst du? Okay. Damals hat man das noch easy bekommen. Und die spritzt er dann halt seinem Sohn. Und der macht dann so. Not fair. Oh, Papi, not fair. Ist so dumm. Oder schon irgendwie? Ist schon dick. Aber deswegen, so ein kleines Kind dafür zu nehmen, ist so dumm. Da hätte man lieber die Tochter nehmen sollen. Ach, Blödsinn. Die kann schon viel besser Schauspielern im Remake. Das muss man schon sagen. Ähm, ja. Und dann trägt Louis Rachel davon, weil die ist ja erst seit kurzem tot. Und könnte ja sein, dass es besser ist mit der, wenn man die begräbt, dass es da vielleicht ein bisschen besser läuft. Who knows? Who knows? I don't. Und deswegen wissen wir natürlich, was er macht. Er läuft zum Friedhof, begräbt sie. Sehen wir alles nicht. Wir sehen nur. Sehen wir alles nicht. Nee. Nee. Wir sehen nur, wie er. Ach so. Übrigens, Louis zündet das Haus von Dings an. Genau wie früher er das Haus von Patrick Bateman. Ja, richtig. Von Patrick Bateman, dem American Psycho. Bill Baterman. Aber da gab's, also eben, das war übrigens auch nicht, da gibt's so eine Szene, wo er so dran vorbeiläuft. Da hat er sich anscheinend wirklich verbrannt, als er mit Rachel, weil dieser Sack, wo eine Leiche drin war, war wohl wirklich schwer. Dann ist er da langgelaufen. War eigentlich eine Leiche drin? Nee, ja, wahrscheinlich. Und dann ist er da langgelaufen, dann war es wohl zu heiß. Da hat er sich wohl wirklich ein bisschen verbrannt, der Schauspieler, als er das gespielt hat. Und dann, ja, genau. Haben sie einfach nur die Fassade abgebrannt und dann war dahinter, uh, sind wie diese Torten. Die gerade so trendy sind, wo man so anzündet und dann. Egal. Ähm, genau. Also wir sehen nicht, wie er sie auf dem Friedhof vergräbt, aber wir sehen, wie er nachts zu Hause in seinem Auto, in seinem Auto, in seinem Haus auf, äh, wartet. Und dann kommt, äh, Rachel zurück. Und sie haben einen leidenschaftlichen Kuss, während alles geglibber aus ihr rausläuft. Oder ist das so, oder? Sie küssen sich doch und so. Ja. Ja, das war so typisch, damals musste alles so ein bisschen ekelhaft ein Glibber haben. Ja, da könnte man ja gleich ein Glas Pisse trinken oder an einem Zeh lutschen. Nee, das, das Letztere möchte ich nicht. Und dann sehen wir nur noch, wie Rachel hinter seinem Rücken ein Messer in die Hand nimmt. Und dann hören wir wieder Schreie. Und wir müssen davon ausgehen, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Aber was passiert dann mit ihr? What happens? Na, sie verbuddelt dann den Mann. Und dann sind sie eine Zombie-Familie. Ja, sollte man meinen. So in etwa ist ja auch die Idee in Bloodlines. Und, ähm, weil es gibt in Friedhof der Kuscheltiere 2, was ja dann die Fortsetzung davon ist, gibt's die Familie Creed. Also es wird so sagen, die Legende von den Creed's erzählt, die halt, ja, da gelebt haben und so. Ja, umgebracht und so. Dann kehrt Gage in The Shining zurück. Mhm. Hast du die, die, die Adaption von Stephen King gesehen? The Shining? Ja, ja, nicht, nicht die von Stanley Kubrick, sondern die von. Ach so, diese Fernsehfilm-Version. Ja, ja. 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 Da ist. Wo am Ende wirklich das Ding explodiert. Ja, ja, in der Szene, wo dann, äh, die, die Tanzszene haben, spielt die Gage Creed Band auf der Bühne und der Haupt, der Sänger der Band ist in den Credits als Gage Creed. Wirklich? Ja, ja. Ach so, ach, das ist ja witzig. Warum auch immer? Wahrscheinlich sein Geist oder? Warum ist Kujo hier drin, you know? Weil man's kann. Weil Stephen King ein riesiges Universum geschaffen hat. Es gibt ja auch, Pennywise wird ja auch angedeutet in der Dark Tower-Reihe, da gibt's einen Raum mit so einem, mit so einem Alien-Clown und sowas, also Stephen King hat einfach das, das Connected Cinematic Universe erfunden. Ja, weil das kann. Und die Katze in, äh, Pet Sematary hat Method Acting erfunden. What? Weil einfach komplett bad shit insane gegangen ist, diese Katze. Das ist Method Acting. Nach dem Dreh, oder was? Nee, nee, die Katze hat gemethed acted, die ist einfach komplett crazy gegangen. Es hätte ja sein können, dass sie danach nicht mehr aus dieser Rolle rausgekommen ist. Das auch nicht mehr. Und dann wurde sie eingeschläfert oder so. Sometimes that is better. Das denke ich mir jeden Tag, wenn ich aufstehe. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Ja, dann quatsch halt nicht so fünf Stunden, weißt du. Ich frage mich halt, ob du dir morgens, wenn du aufstehst, dir denkst du, boah, heute im Podcast erzähle ich mal, dass ich Cebo gerne ins Bett pinkeln würde. Das ist alles, was aus dieser Podcast-Folge zurückhängen bleibt. Weil ich bei dir hängen bleibe, weil du hängen geblieben bist. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Oh, schon ein bisschen. Oh, Mensch. Ja. Ja. Friedhof der Kuscheltiere. Ein Revisit aus meiner Kindheit. Wer findet denn Friedhof der Kuscheltiere ist der beste Stephen King Film, den es da draußen gibt? Niemand findet das. Das weißt du doch nicht. Niemand. Der ist schon ziemlich creepy. Aber nicht der beste. Ist das nicht der beste Stephen King Film? Welches ist denn der beste Stephen King Film? The Shining. Nee. Doch. Doch. Du meinst die Stanley Kubrick-Version? Ja, natürlich. Wow. Okay. Nenn mir eine bessere Stephen King-Verfilmung. Eine. Come on. Ich mag den Stanley Kubrick-Shining nicht mal so sehr, wenn du ihn mit dem Buch vergleichst, weil er sehr weit weg davon ist. Aber als Film fucking großartig. Das sag ich lieber nicht. Doch. Sag's. Nein, nein, nein. Na los, sag es. Das war doch ein Witz. Ich will es hören. Also was ja ziemlich gut ist, ist The Shawshank Redemption. Das ist ein Stephen King-Film. Äh, Buch. Okay. Und gleich danach auch The Green Mile. Was ich nicht ernst meine. Ich verstehe. Aber die Green Mile Bücher fand ich damals geil. Die kamen ja so in 5, 1, egal. So wie Game of Thrones. Ja, aber die waren wirklich nur so dick. Also die waren irgendwie nur. Ja, dass jeder, der den Podcast hört, sieht jetzt genau, was du gedeutet hast. Die sind so dick halt. So dick. Das ist ein anderes Dick als doch. Du hast es erst so und dann so gemacht. Nein, so war es die ganze Zeit. Erst war es so dick und dann war es so dick. Und dann war es so dick. Alle zu Hause so was lahm. So dick war das ganze Buch. Aber die einzelnen Bücher waren nur so dick. Also habt ihr jetzt verstanden zu Hause. Ja, so dick war es. Wirklich so dick. Waren solche Bücher waren das. Ja, eben nicht solche Bücher. Ach, es waren nicht solche. Es waren solche Bücher, ja. Die waren nur so, nur so dick. Die waren nicht so, die waren so. Ja. Ah, ich verstehe. Dümmste Diskussion aller Zeiten. Jeder kann sich schon denken, was ich gerade gemacht habe. Schickt mir ein Foto von zwei Fingern, die ihr auseinander haltet, was ihr denkt, wie so dick ich angezeigt habe. Wirklich, das ist so weird. Und wenn ihr wollt, für Daniel, könnt ihr es auch gerne mit euren Füßen nachstellen, weil der würde ja lieber an ein C lutschen. Also schickt gerne Fußbilder an Daniel. Ey, ohne Witz. Ohne Witz. Ich weiß nicht, wie man es lieber ein C. Wenn du richtig viel trinkst, schmeckt im besten Fall deine Pisse nach gar nichts. Findest du, ja, wenn, wenn du richtig viel trinkst, wenn. Ja. Aber ich würde, wenn das die Sache wäre, wenn ich extra 24 Stunden nichts trinke und nur so richtig nasty Scheiße essen. An Berlin, Neukölln, an Bahnhof, dann finden wir mal, wen der da am Burger King nachts schläft und dann kann man an seinem C lutschen. Aber jetzt mal ohne Witz. So ein C ist doch jetzt auch nicht so viel schlimmer als ein Daumen. Doch. Nein. Doch, mein Daumen schwitzt nicht, bis er stinkt. Dein Daumen schwitzt nicht? Nee. Gar nicht? Nee, der stinkt vor allem nicht so. Aber der fasst den ganzen Tag komische Sachen an. Der wäscht sich auch. Mein C ist... Wie oft wäschst du dir am Tag die Füße und wie oft die Hände? Einmal. Du wäschst dir nur einmal am Tag die Hände? Was ist los mit dir? Das hatten wir ja schon mal. Einmal morgens, einmal abends. Ey, wirklich. Das ist... Diese Folge hat... Das hat mir übrigens, glaube ich, wirklich schon mal... Hat absolut nichts mehr mit Friedhof der Kuscheltiere zu tun. Aber trotzdem... Weil du es derailen musstest. Aber wenigstens wäschst du dir einmal... Ja, weil du die ganze Zeit von... Nee. Du kommst hier rein und sagst... Hey, meine lieben Zuhörer. Ja. Ich hab als Kind mal ins Bett gepisst. Und jetzt möchte ich Cebo ins Bett pissen. Das ist das Normalste, was man in einem Podcast erzählt. Nee. Nee, 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 nee. Also, wenn euch diese... Sometimes that is better. Wenn euch diese Folge zu urinlastig war, tut es mir im Bett. Es leid. Aber wenn ihr uns trotzdem unterstützen wollt, dann stimmt doch ab beim Deutschen Podcast-Preis. Für uns als beste Newcomer nicht als bestes Gespräch oder nicht als beste Unterhaltung. Wir hätten beste Unterhaltung verdient, ganz ehrlich. Nur beste Newcomer. Das war die beste Unterhaltung. Nächstes Jahr dann. Und ansonsten könnt ihr uns Fotos schicken von zwei Fingern, die ihr auseinanderhaltet, um zu zeigen, wie so dick ist, an unser Instagram. Das ist creepygrip-podcast. Oder auf unserer Telegram-Gruppe ist es auch creepygrip-podcast. Da kriegt ihr einen herzlich willkommen, wenn ihr da eintretet. Und manche Leute finden es gut. Und ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an kontakt-at-creepygrip.de. Und dann suchen wir das best, das passendste Foto raus. Und das kriegt dann The Green Mile geschenkt. Und der Typ ... Hä? Was? Das passendste Foto, wer sagen konnte, was meine Finger zeigen ... Du machst jedes Mal was anderes. Das ist überhaupt nicht wahr. Du suchst dir einfach nur den raus. Ey, ihr kriegt dir The Green Mile als Buch. So, fertig. Ey, jetzt müssen die Leute auch noch lesen. Ja, oder ihr kriegt dann eine Waschmaschine. Vergesst es nicht. Dafür müsst ihr aber abstimmen. Und ansonsten sehen wir uns ... Ich glaube, ich besteche wirklich jemanden, dass wir das gewinnen. Dann würde ich einfach nur sehen, wie du mit jemandem zum Mediamarkt fährst und dem eine scheiß Waschmaschine kaufst. Aber nur wenn wir gewonnen. Ja, ich besteche jemanden dafür. Ich gebe dem 5.000 Euro, damit ich zugucke, wie du jemandem eine Waschmaschine kaufst. Daraus machen wir dann ein Video und das posten wir dann. Genau, auf unserem YouTube-Account, weil es gibt ... Wir haben nämlich auch ein YouTube. Da passiert gar nichts Spannendes. Ey, die letzte Creepy-Classics-Folge haben sechs Leute abgerufen. Ooy! Die haben es verklickt. Auf YouTube haben wir ... Das ist schon ein Commitment. Und ansonsten hören wir uns vielleicht nächste Woche, wenn wir wieder über neue Filme reden, nächsten Mittwoch. Oder in zwei Wochen, wenn wir wieder über einen Creepy-Classics-Film reden, den ihr dieses Mal ausgesucht habt. Ist es nicht unfassbar? Es ist unfassbar. Ich kann es nicht fassen. Das ist nämlich unser Jubiläum und dann reden wir schon seit einem Jahr Scheiße. Nein, anfangs haben wir uns noch Mühe gegeben. Und genau, dann ist unser Jubiläum. Dann gibt es den Creepy-Crip-Podcast genau, also nicht genau, aber ziemlich genau ein Jahr. Da verlosen wir coole Sachen. Waschmaschinen. Wir verlosen richtig coole Sachen. Und Daniel muss sich jetzt überlegen, was, weil ich habe es angekündigt. Ein Creepy-Crip-Patch. Ja. Aber ein Creepy-Crip-Podcast. Oh, nee, den gibt es nicht. Das wäre ein sehr dicker Patch. Ein Backpatch für den Rücken. Ein Creepy-Crip-Patch. Äh, Podcast. CC-Podcast. CC-Patch. Willkommen zum Creepy-Crip-Patch. CC-Fliege. Also, Leute. Ja. Kommt einfach jede Woche vorbei. Es gibt immer was zu gewinnen. Vor allem auf Instagram verlosen wir ständig irgendeinen Scheiß. Genau. Und dann empfehlt uns doch bitte auch euren Freunden, damit sie hören, was für komische Podcasts ihr hört und dann könnt ihr uns alle noch eine gute Bewertung hinterlassen auf dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das würde uns sehr helfen und sehr freuen. Und dann hoffentlich bis demnächst. Ruhe den Frieden. Ruhe den Frieden. Creep on.